Das kriegen wir hin, was wir vom Baum erschlagen müssen. Willst du? Du hättest sogar selber wahrscheinlich sogar noch Spaß daran. Ja, geb ich offen zu. Ich hab auch mit keiner anderen Antwort gerechnet. Ja. Egal bei welcher Gruppe ich mitmache, ne? Irgendwie will mich immer einer töten. Wenn du schon so offen anbietest? Tja. Wir brauchen jetzt noch zwei. Keine Ahnung, so viele. Es ist geil, dass man diese großen Bäume nicht fällen kann. Da kommen diese On-Mass- und Holz-Docks raus. Ja. 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 das wird mich immer wieder zu lang werden muss ja das ist ja das problem bergauf und hier haben wir ja im moment nur bergauf fast und wo bist du willst denn verbinden von da ja von da bis dahinten wo ich gerade hingucke das ist ja können wir ja auch machen ist ja auch nicht so schlimm oder du fällst dir überall bäume ich finde einfach die baumstämme nicht also weil ich dich vorhin noch fragen wollte zu diesem ranking system nochmal zurück bei deinem streamen ja mit 8000 würde ich ja silber kommen genau und ab dann fangen counters ab silber sind alles die konters verkriege also silber 1234 immer so weiter auch in so großen abständen oder immer doppelte punkte 8000 danach 16.000 dann und so weiter immer doppelt also so gesagt noch krassere abstände ja immer doppelte punkte von 4000 auf 8000 von 800 16.000 von 16 auf 32 es ist ja wie gesagt es ist ja dafür da das ist halt auch nicht jetzt trägt jeder innerhalb von paar minuten erreichen so der sinn der sache ich kommt einer gerannt oder von unserer base aus der sich so da haben wir noch warum ich immer ich kann noch weiter laufen und so also wir sind noch drin ich kann noch weiter laufen also bei mir ist auch alles noch in ordnung habe ich den wagen denn hingestellt hatte was den holzstocken gelegt oder hat es so keine menschen jetzt geht es wieder innerhalb von einer sekunde hast du die ganzen brummstimmungen die von mir angekündigt ja das mache ich immer so so hier kann es auf jeden fall die mauer wieder ziehen aber das ist immer wirklich berg oben das ist schon mal cool da kann jeder drauf kommen aber stimmt ja weißt du was man hier bräuchte so ein skateboard da vorne runter dann so hoch ist ja wir bauen wieder vorne so eine mauer ja habe ich schon gesehen ich habe bei der mauer mitgeholfen also du hast da mitgeholfen ja ich hab da auch baumstämme reingemacht stell dir vor krass oh fick dich ist er sehr nett heute immer ich bin immer so nett ich bin mir mal die baumstämme ne jo weißt du was mir gerade so leut jetzt hat sie den baumstamm wieder da oben dran gefechtet baum fällt aber das ist das gute wenn man nutzer der matrix ist ne fällt alles dann einfach wo fällt der nächste baum ich lach mich jetzt so weg wenn du versuchst mich zu erschlagen und meinen freund erschlägst nein 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 weiter an mir vorbei und er schirmt mich wieder warum du stehst da da drauf du musst doch immer in das katana rein wir sind für die mauer Die nimmt mir einfach kackenreich die Holzlogs weg. Weißt du, ich hätt jetzt die Mauer fertig bauen können. Kleines Mädchen, weine doch. Sie nimmt mir die Holzlogs weg. Kleines Mädchen, weine doch. Vielleicht mach ich das gleich auch. Ja, mach doch. Ich hätt nur gesagt vielleicht, nicht dass ich das mache. Musst mal zuhören, wenn andere mit dir reden. Bitte was? Weißt du, ist reine Provokation oder meinst du das ernst? Bitte was? Was hast du gesagt? Reine Provokation. Was? Das hörde ich nicht. Ja, ja. Was hast du gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Aber man muss sagen, man kann sich unter der Brücke jetzt verstecken. Okay, und für den anderen kann man sich leider nicht verstecken. Egal. Die Brücke brauchen wir, um hochzukommen. Um zu laufen. Wenn wir jetzt schlafen gehen, oder? Ja, würde ich sagen, ne. Weil jetzt dürfte es ja eigentlich gehen. So, jetzt auf jeden Fall klappen. Ich mache hier geradezu noch so ein bisschen Gartenarbeit. So, und jetzt laufe ich zurück, damit wir nämlich mal hier ein bisschen Freiraum haben. Ach, Leica. So, ich laufe gerade zurück. Ja, ich auch. So, ich mache mir eine Feuerachse, weil ich habe irgendwer das Gefühl, da wartet schon was auf uns. Ah, ja, hier sind wir jetzt schon, verdammt. Das Gefühl hat mich mal nicht getäuscht. Komm, warte, meine Freunde. Ich mache euch extra die Falle runter. Wollte nicht noch mal reinlaufen. So. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Dass du mich wieder anhitten wolltest, doch. Nein, ich meinte den hier. So, dass du mich einfach wieder anhitten wolltest. Wollte ich nicht. Oh, das Feuer ist schon wieder weg hier. Jo, wir können schlafen. Zack. Ich bin mich noch am probieren. Ja, dann sollten wir auch direkt nochmal speichern. Und dann geht's weiter. Der hat den FWG hier draußen angezündet. Aber dann schon die ganze Zeit. So, direkt mal speichern. So, komplett wieder voll. Gehen wir schnell was zu trinken holen und dann bin ich wieder da. Oh, wir brauchen wieder 36 Sticks. Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Bei dem Charakter von Daniel, ne? Sieht dann einfach so aus, als wäre es mit Tiltstift aufgemalter Bart. Ich muss mal kurz schwimmen gehen. Das... Bisher noch irgendwo ein T-Shirt drin. Du hast jetzt alles gesnackt. Äh, ich hab eigentlich alles rausgeholt. Du brauchst du irgendwas? Tücher bräuchte ich mal langsam wieder. Ich hab jetzt noch... Warte. 12. und auch ein stein anzünden kann kannst du da was unternehmen steht nicht so muss das dann dings geben und der muss mir das dann geben na komischerweise könnte ich aber so auch anderen was geben weißt du ich mein ja ja ich weiß aber irgendwie backt das also mit dem post das immer aber unter den anderen ich hab's ja mit den anderen gemacht weißt du und dann ging es ja trotzdem ich weiß ich hab's ja auch schon mit floh und so gemacht aber manchmal hat es dann nicht geklappt ach hier liegt noch alkohol